Flying Uwe hat in mehreren Videos Produkte eines Unternehmens präsentiert, dessen Geschäftsführer er ist. Er hat also seine eigenen Produkte vorgestellt, wofür er direkt kein Geld bekommt. Er hätte die Videos als Dauerwerbesendung kennzeichnen müssen. Trotz mehrerer Hinweise der Medienanstalt hat Flying Uwe dies nicht getan. Flying Uwe nahm die Vorwürfe der Medienanstalt nicht besonders ernst, da er diese nicht nachvollziehen konnte. Ach, achso Mann, pass auf, ihr müsst euch vorstellen, Dosen-Deko, man kennt ihn, Flying Uwe ist wieder am Start. Das könnte ja Produktplatzierung sein. Jetzt muss er 1500 Euro Strafe zahlen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer professionell auf YouTube oder ähnlichen Plattformen agiert, muss sich an die geltenden Werbevorschriften halten, sagte der Medienratsvorsitzende der Medienanstalt Schleswig-Holsteins. Im Wiederholungsfall könnte das Bußgeld theoretisch auch höher ausfallen, sagte der Direktor der Medienanstalt Thomas Fuchs. Gegen das Bußgeld kann Flying Uwe jedoch Einspruch einlegen.